Okay, Jett, glaubt ihr, Blumey überlegt Osborn. Ganz kurzer Pole. Hier, 30 Sekunden Wette. Okay, die haben einen guten Drop. Und sind tot. Da oben liegt eine Schock dran. Er muss die Chest nehmen, er muss die Chest nehmen. Oh, es ist vorbei. Oh, tot. Und sein Opa ist wieder drin. Oh mein Gott. Nein. Guck mal, Volko. Oh, der hat die Sterbenanzieher. C4 ist geil. Die haben alles zum Sterben gehabt. Oh, der ist dauer, Chat. Das ist die dümmste Aussage. Können wir mal bitte ein A für ihn im Chat haben. Digga, was hat Ayabafu da gerade gemacht? Jetzt mal ganz kurz. Was war das für ein Play? Der hatte alles. Ja, ich glaube, du rennst jetzt hin. Was ist hinter dir, Blumey? Unter dir, genau. Genau unter dir, genau unter dir. Oh, das ist ja fair. Kranke Rotation von ihm. W ist rein, Digga. Das war skillvoll. Ich glaube, du wirst die Runde gewinnen. Nein, du wirst die Runde gewinnen. No joke, du wirst. Obbio? Obbio? Arosch. Ich will das Cambridge-Jet nie wieder anfassen. Ihr beliebt nicht, du wirst die Runde gewinnen. Oh, der erinnert mich überall an Kiriachi, wie der bleibt. Ja, der ist ein behindert Tier 1. Der ist todeskrass, Digga. No joke. Bro, die sind komplett gut. Ja, okay, übertreiben brauchst du jetzt aber auch nicht, Digga. Doch. Ich habe euch doch gesagt, Chat. Der ist der beste Spieler. Okay, wir gucken uns in-game an, wer die Runde gewonnen hat. Ja, die spielen die Runde super, Chat. Auf Highground so. Auf Highground auf der Zeit tappen diese Season nochmal viel, viel besser wegen der Rakete. Über keinen Wild tappen, wo Leute nicht sind und so was. Und jetzt raketen die einfach rein. Rakete ist so OP auch auf Highground und so was. Das ist einfach, wenn die Leute reingehören, die sind. Oh, Martin. 12 Kills. Die machen einen 13 Kill Win. Digga, what the fuck. Vano ist tot. Oh. 13 Kill Win, Digga. Volkow im Endgame, Digga. Geisteskrank, gute Mads. Zone Revealed. Die wissen, dass Zone Backpull, Digga, haben alle Slurps, gute Mads, Rakete. Die brauchen den Chat nicht, Digga. Das ist ja viel zu win für die. Man kann halt easy bleiben, das stimmt. Oh, er hat einen. Oh, er hat beide. Oh, das war richtig gut, Digga. Real Talk. W-Volkow im Chat. W-Sim-Chat. Oh, du bist tot aus der Luft. Nein, nein. Digga, in welcher Welt dachte er, dass er den Chak-Chak denn durchbekommt? Und das ist ein Duo nur noch. Und das ist, die haben safe gewonnen, Bro. 100%ig haben die gewonnen. Ja, die haben gewonnen. W-Volkow im Zweiter. Die haben aber noch alles in Schlimm, Digga. Ja, irgendwelche Russen. Luke. Und die werden keyed. Und die sind gerade irgendwie, welcher Platz in die Chat? Das ist halt D1, der 1-D2-D. Renan, der 1-D2-D, der Frank hat 5-5-1. Die Turm-D1. Die Turm-D1. Ich hab den Slap, ich hab den Slap, ich hab den Slap, ich hab den Slap, ich hab den Slap Ich hab den Slap, ich hab den Slap, ich hab den Slap, ich hab den Slap Nice! Der Buffo, Noah tot, direkt Nein, 0,1 Sekunde, Digga Was hat er gemacht? Was kann da jetzt passiert passieren? 100 Aber das war dumm Ich bin ein Bastard, geh weg Ich hasse dieses Spiel Ich glaub die lassen zu, weil die denken, ich bin cool dann Die sind so dumm, die finden uns nicht Okay, bau aus, bau aus Oh, 0,1 Sekunde Oh, tot Ha Ich hasse Fortnite, dieses verfickte Dreckspiel Ja, ja, toppen Aber ich seh noch gar keinen Prime Sub Und ich seh auch noch keinen normalen Sub, Digga Und der Kitzler, mit nem Stufe 1 Waze, mit nem Sub Und jetzt kommt der Hype Train, Digga Macht mich reich, bringt mir den Urus für die Tür Und Lechi ist tot Aber das ist mir egal, wenn ich Subs bekomme Das ist das geilste Video Keine Ahnung, Renu Oh, die Top 3 Mane Maker hat in die Box Und Mane Maker hat Venno Venno hat mal wieder ohne Headzeit gespielt Hey Digga, Mane Maker auf Lowground mit ner Heavy Keine Heels mehr Aber Faris ist auch 1HP Aber trotzdem immer noch sehr, sehr chilling, Digga Ich glaub Highground ist auf Free, ihr könnt eigentlich auf Hyde Ja, ich dachte, Faris wäre alt Digga, ja, guck Kreisblieben, komm Er hat mich schon 20 mal nach Duo gefragt, ne Ist er nicht 20 oder so? Ne Ahnung Aber er ist Max Sam Ja, ja, ja Mal gucken, ob der Junge das jetzt klatscht Top 2 Das ist winnable Warte mal Oh, jetzt ein geiles Homme Ein geiles 1v2 jetzt von so einem Controller Spieler wird schmecken Boah, jetzt so ein Full Piece Max? Heißt, ich hab mir meine E-Baker Warte mal Ohne Chance der Typ ist Dieb Ach du ah, hey, Alter Oh Digga auch Oh, ja Boah Zweiter Platz Let's Hacking Okay, erster Platz Belusi Zweiter Platz Venno Dritter Platz Twy Vierter Platz Nefritzi Fünfter Platz Denno Sechster Platz Luke Richter als Andilex Achter Platz Chico Neunter Platz Dea Zwölfter Malibuka Dreizeiter Splash Sechzehnter Flixi Vico und Pink 20er Ausbauen gestorben, okay TrueDex hat 290 Points TrueDex hat wahrscheinlich echt mehr Ja, TrueDex ist erster Platz Chat Noah, Rayleigh und Aim Assist Bart Verbrugen Auf Letzter Also die haben wirklich Wir gucken mal Kenny wie er stellt Die fighten immer noch Die werden zerfriert Aber Kenny ist als Erstes Ja, warte ich will ja, kann nicht gucken Und Felix hat tot gesellt Noah auch tot Ey, warte Warte mal, war drei verschiedene Teams Ding ist gestorben, Sal Noah ist tot? Ja, hab ich ja gesagt Die fighten What the fuck? Die wurden zerfriert auf einem Cash Und dann war da noch ein Team hinter denen Es waren auch wieder drei Teams Ja, was passiert da in diesem Final, ne? Also... Ja, wenn du nicht gut mit dem bist, dann griffen die aber nur noch, weil die schlecht dabei sind Ja, Kenny will nicht bauen mit 30 HP Oh, Digga Oh, Digga Er hat dann das Team ausgemacht am Köln Tschüss Oh, hol dich doch gerade im Fight Er hat das erste Mal mit kein Fight Aber er ist gleich auch schon vor 25 Digga, dass der da rauskommt, ist ja ein Milder Digga, der holtet doch einfach alle Sachen Digga, wie ist der raus? Der hat gerade soo hart holen Obwohl der... Der hat 50, oder? Der hat 55, Digga Der Frissi, der braucht seinen Shisha-Kopf Ja, weil ich den Felix dann... Er hat Felix gefragt, ob mit ihm ich spielen will Ich hab gesagt, Felix hat mir heute Morgen gesagt, er will die Tage gerne mal mit dir spielen Und auf einmal schreibt er mir Gott, der fuck Der hat Gott, ey Wer ist das? Wer ist das? Bro, er ist auf einmal 190 Digga, das ist Kai Havertz mit einem Chronosom zu viel Warum sagst du sowas? Geht das überhaupt, dass mal eins zu viel hat? Ja, dann ist man doch Next Level Also... Each way is Down syndrome, also beides ist das Gleiche Ja Okay, ich dachte nämlich nur, es geht ein zu nehmen Aber eins mehr, eins mehr ist glaube ich... Ich hoffe von Pink, dass er bei 50ig dann noch Outstorm ist in der Zone Nee, jetzt beide Dein Onkel? Okay Lief Blum wie Moneymaker War der Al Oh... Was ist das wieder für ein Game? Es sind 17 Leute im Live-Chat 17 Das ist das zweite Mal heute You ready? 3, 2, 1, go Oh I didn't have to say bad for me Oh, we should have done the code No Das war richtig smart Boah Okay Standing Chat 357 Punkte TrueLakes mit einer wunderschönen Match-History Wirklich, Digga Besser geht's fast nicht Ein Average-Placement worden 3,6 in einem Final Das Geist ist krank Zweiter Platz Belusi Dritter Platz Elusha Vierter Platz Krizio und Venno Fünfter Platz Thomas Sechster Platz Alicia Siebter Platz Vico Felix und Kenny Das sag ich ehrlich Das Trinken ist weg Das Ding ist durch Chat Ja, und danach geht's so weiter Noah, Rayleigh auf dem letzten Platz Mit drei Games noch Ich hab den Rokus irgendwie ganz ernst Ich hab den Rokus noch schon Ich hab den Rokus noch insohn, du Idiot Ich hab den Rokus noch nicht Ja, oder? 2 Gs Ja, vielleicht kann ich jetzt ein Maler Ich hab den Rokus noch nicht drauf So viel mit dem Rokus und rein Ja, da sind wir an die Bade Ja, ja. Auf dich, auf dich. Ja, ich denke, das ist live. 12-20. Nice. 2-4, super. 1-2-3. Hat Viko geholt, ich weiß. Viko geht jetzt mit leer. 25 Leute wieder nur noch live. Echt anstackte Endgames heute. 2-3-4, 0 Heals. 2 Leute weg sind. Ja, es geht zurück, stimmt. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Die können danach wegen Loot gehen, das war richtig schlau. Ihr seht, da oben rechts noch Zone Reveal. Von dem Tower bekommen. Warte, warte, warte. Bitte, spiel schneller. Warte, spiel schneller. Warte, sind wir tot? Ja, wir können das Loot gehen, ok? Ja, ja. Das ist eine Runde, die man so gewinnen kann. Warte, warte, warte. Da habt ihr halt gesehen, wie OP das Zone Reveal ist. Jo, jetzt befest du beim Herd. Ja, ich habe hier einíveis血el. Dann hat man mich anstrengen. Ja, du hast auf sich. Du hast die Mили, du hast sie. Ich fand die M�. Ja, du hast sie, du hast sie. Ich kann's schốt, ich kann's schốt. Ich kann's schốt. Oh, ich bin bis dahin. Ich habe einen Schnaufer. Ich habe nie mehr, ich habe nicht mehr. Bindung ist einer Schnaufer. Oh, Erl, sind die Tot. Ich muss runter, ich muss runter, ich muss runter, ich muss entsorgen, die Zone Oh, Top 8, 208 Punkte, lass mal hingehen Keiner mehr in-game-Chat So, wir gehen in die Standings von den Duo-Catch Cup Finals Erster Platz Truelex mit 433 Punkten Zweiter Platz Thomas HD mit 349 Dritter Platz Belusi, vierter Platz Venno Sechster Platz Anlex und Floki Siebter Platz Pixi und Mappi Achter Platz Liefstuhl und Stenno Neunter Platz Pink und Viko Zehnter Platz Volko Alle anderen, das ist hier nochmal das Preisgeld, das kriegt die Top 10 Die Top 10 kriegen ein unterschiedliches Preisgeld von den anderen Und die Top 55 bis Top 11 kriegt 100 Dollar each Das heißt QB kriegt zum Beispiel so viel wie der 45 Wie viel da wird Candy zum Beispiel am Ende Candy wird zum Beispiel am Ende 28. Platz Und dafür will ich jetzt auch mal die Ws in den Chat sehen, Digga Das war's mit dem Video, Leute Lasst auf jeden Fall den Like und ein Abo da Ich hoffe, das Video hat euch gefallen Wenn ich mehr so vielen Partys machen soll, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare Schreibt auch irgendwas wie ihr das Video fandet in die Kommentare Weil das ist gut für den Algorithmus Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ciao